So, moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns tatsächlich mal mit der Projektfindung beschäftigen. Und zwar, wie kommt man an ein Projekt, wenn man gerade rein zufällig keine Ahnung hat, was man machen möchte. Und ja, da gibt es in etwa eigentlich fünf große Kapitel, die man sich so überlegen könnte. Ich möchte, also ihr seht es ja eigentlich schon, ich möchte tatsächlich aber mit euch ein bisschen drüber reden. Die meisten von euch haben aber höchstwahrscheinlich schon irgendwie ein Projekt im Sinne. Deswegen ist das Video natürlich nur für die, die gerade keine Ahnung haben, was sie machen wollen oder vielleicht irgendwie Inspiration brauchen oder sowas. Und nächstes Video fangen wir dann tatsächlich mit den Requirements mehr im Detail an. Es kann durchaus noch sein, dass ich weitere Models, also in Richtung Scrum oder Extreme Programming, habe ich zum Beispiel noch gar nicht erwähnt, solche Dinge weiter dann noch später hinzufüge. Aber ja, wie gesagt, wir machen das so ein bisschen adaptiv hier, agil sozusagen. Okay, also wie kann ich mein Projekt finden? Das Erste und Einfachste ist höchstwahrscheinlich einfach mal, man hat einen Auftrag. Dann braucht man gar nichts mehr machen, denn alles ist schon vorgegeben. Dann müsst ihr euch aber dringend mit dem Auftraggeber auseinandersetzen, dass ihr auch wirklich am Ende dann das Projekt entwickelt, was der Auftraggeber euch sozusagen aufgetragen hat. Dann, nächster großer Punkt ist ein Forschungsdurchbruch. Ich sage jetzt einfach mal hier als Beispiele Kryptowährung oder Machine Learning. Da ist in letzter Zeit so viel passiert und immer wieder kommt was Neues raus. Und ja, das ist erstmal nur theoretisch zusammengefasst. Das Ganze dann aber in einem praktischen Projekt zu verwenden. Also sagen wir mal, es kommt ein neuer Durchbruch einer Spracherkennungssoftware. Ein neuronales Netz, das super gut Sprache erkennen kann. Dann ist das aber nur ein theoretisches Paper erstmal und noch keine fertige Software, die man kaufen kann. Dann kann man da drauf basierend seine Software aufbauen und logischerweise dann eine Spracherkennungssoftware produzieren. Das braucht dann natürlich nicht mehr diese ganze Forschung machen, aber man muss trotzdem noch den ganzen Input, Output, halt eben das, was eher langweilig ist, muss man trotzdem noch selbst machen. Also nicht einfach nur so, hey, ich weiß sozusagen den schweren Teil, also habe ich keinen Aufwand. Nein, ich muss das Ganze ja immer noch möglichst gut durchdenken, damit ich es auch später irgendwie erweitern kann. Vielleicht kann ich es ja später nochmal verbessern und vielleicht kann ich noch mehr Features anbieten. Zum Beispiel Diktierfunktion, aber gleichzeitig auch E-Mail-Funktion, dann PC-Steuerfunktion und solche Dinge. Also das alles muss natürlich auch in einem großen Projekt sein und das wird von der Forschung höchstwahrscheinlich nicht abgeklappert werden. Dann, man basiert sein Projekt auf einer Vorentwicklung. Also Beispiel wäre jetzt, man hat vielleicht, wo wir gerade bei der Spracherkennung sind, ein Diktiergerät sozusagen da. Und das funktioniert auch schon einigermaßen, aber jetzt möchte man basierend auf dieser Diktierfunktion gleichzeitig noch eine, keine Ahnung, Romanvorlage oder sowas schreiben können. Also eben quasi Software, die auf andere Software, die man schon hat oder entwickelt hat, basiert. Dann Trends sind natürlich immer super. Da empfehle ich euch tatsächlich mal Google Trends zu benutzen. Da sieht man auch immer, was gerade trendig ist sozusagen und da kann man dann auch sagen, okay, wobei Google Trends natürlich immer nur wirklich einen Tagestrend angibt. Man kriegt aber so einigermaßen mit, was gerade so aktuell ist. Schaut einfach zum Beispiel mal ins Kino, sag ich jetzt einfach mal, was da läuft. Das interessiert so die Leute, zumindest häufig mal. Und ja, momentan zum Beispiel ist Cyberpunk super gerne gesehen. Vor einer Weile waren es Zombies. Da war jeder zweite Film ein Zombiefilm. Und ja, das macht die Filmindustrie tatsächlich ganz gerne, dass sie sich an Trends organisieren oder auch orientieren natürlich, nicht nur organisieren. Und dann natürlich eine Marktanalyse. Das heißt, wen möchte ich sozusagen als Kunden haben und ja, was mögen diese Leute? Und da dachte ich mir zum Beispiel auch beim Community Projekt, Mensch, was genau interessiert denn jetzt meine Zuschauer am meisten? Und wie kriege ich da alle unter einen Hut? Und dann ist im Endeffekt sowas bei rausgekommen. Klar, das Projekt stammt oder die Projektidee stammt nicht von mir alleine natürlich. Aber das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, das ist eine super Idee eigentlich für genau diese Zielgruppe im Endeffekt euch, also als meine Zuschauer. Ja, und da findet man natürlich dann haufenweise Ideen. Man kann aber gar nicht so viel Software entwickeln, wie man Ideen hat. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Deswegen wahrscheinlich jetzt für euch eher nicht so interessant. Nächstes Mal geht es aber weiter mit den Requirements. Das solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.